Mein Wunderball wird jetzt mein ganzes Make-up bestimmen. Je nachdem, welche Farbe kommt, muss ich diese Farbe benutzen in meiner Make-up-Routine. Und ich sag euch, das wird eine richtige Katastrophe. Mein Wunderball war am Anfang weiß mit so blauen Punkten, deswegen hab ich genauso mein Primer aufgetragen. Nachdem ich ewig lang geleckt habe, kam dann die nächste Farbe und macht jetzt mal ein Screenshot und schickt den mir. Die nächste Farbe war orange, das heißt ich muss jetzt meine Foundation orange machen. Ich seh einfach aus wie Trump. Zehn Minuten später, circa, kam die nächste Farbe und die war weiß. Das heißt, mein Concealer muss ich in weiß machen. Alles schön verblenden, ist ja auch überhaupt nicht fleckig oder so. Aber hey, mein Lidschatten darf ich blau und lila machen. Ich weiß einfach nicht, was ich mir bei dieser Make-up-Challenge gedacht habe. Nach dem Blau kam so ein Grün und das heißt, meine Lippen müssen grün werden. Und da der Kaugummi weiß ist, musste ich meinen Highlighter weiß machen. Ich möchte kurz nebenbei erwähnen, dass der Postbote währenddessen geklingelt hat. Was der sich wohl gedacht hat? Was der sich wohl gedacht hat?